also ihr wollt euer handy reparieren lassen alles was man braucht liegt hier alle displays alle ersatzteile selbst telefonnummern hat immer gebraucht so ein apple und ein ei gibt es das sozusagen hier hier wird alles repariert hier ganze stapel ersatzteile noch besser scheiß auf teure apple reparatur einfach einmal nach china geschickt und ihr seht alle möglichen teile gibt es hier naja vielleicht nicht für ein apple und ein ei aber für den vernünftigen preis und nicht zu überteuert die werden hier auch eingebaut wo kann ich dir nicht genau sagen aber das ist eine station der gute man lötet ab und an kooperiert alles mögliche und hier werden die ganzen ordentlich repariert und das ganze kostet nicht viel also vertraut nicht aufs aussehen wie das aussieht aber hier werden gerade telefone repariert und ich kann euch sagen das funktioniert tipptopp ein bisschen beim schrauben schi 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 schi